Shannon Doherty gibt nicht auf. Trotz ihrer Krebserkrankung im vierten Stadium geht die Schauspielerin weiter arbeiten und kämpft für einen anderen Umgang mit der Krankheit. Shannon Doherty, 50, ist eine Kämpferin. Obwohl sie Brustkrebs im vierten Stadium hat, arbeitet die Schauspielerin weiter am Filmset. Im Februar 2015 erhielt sie erstmals die Diagnose Krebs. Nach zahlreichen Behandlungen konnte sie zunächst Entwarnung geben, aber im Februar 2020 kehrte die Krankheit zurück. Doch Aufgeben kam für den Beverly Hills 90210 Stani in Frage. Punkt. Ganz im Gegenteil, Shannon Doherty spricht darüber, wie der Krebs sie noch stärker gemacht hat. Shannon Doherty ist damit beschäftigt, das Leben zu leben. Seit sie im vergangenen Jahr ihre Diagnose bekannt gab, hat sich Shannon Doherty dafür eingesetzt, mit den falschen Vorstellungen von der Krankheit Krebs aufzuräumen. Sie möchte nicht, dass die Menschen an eine Person denken, die grau ist und umkippt, sich nicht mehr bewegen kann, ins Hospiz geht und nicht mehr arbeitet. Auch PatientInnen im vierten. Stadium der Krankheit seien sehr wohl aktiv und lebendig. Mit ABC News sprach sie über ihr Leben mit der Krankheit und worauf jetzt der Fokus in ihrem Leben liegt. Die 50-Jährige teilte mit, dass sie dabei ist, das Leben zu leben und ihre Tage mit Freunden, Familie und der Arbeit zu verbringen. Vor allem hat die Krebsdiagnose sie aber dazu gebracht, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren, Arbeit ist noch erfüllender geworden, Shannon Doherty möchte das Vorurteil aus der Welt schaffen, dass Menschen mit Krebs im vierten Stadium nicht in der Lage sind, wie andere zu arbeiten. Für sie selbst sei die Arbeit als Schauspielerin nach der Diagnose noch wichtiger und erfüllender geworden. Unter anderem wird am 10. Oktober ihr neuer Film List of a Lifetime im US-Fernsehen zu sehen sein. Der Film entspringt einer Aufklärungskampagne für Brustkrebs. Damit möchte sie zeigen, auch Menschen mit Krebs können arbeiten. Viele Menschen mit Krebs im Stadium 4 werden abgeschrieben, kritisiert der TV-Star, denn häufig werde angenommen, dass sie nicht mehr voll leistungsfähig sind. Shannon hofft, dass Erkrankten die Chance gegeben wird, das Gegenteil zu beweisen.